Sag mal, Yüksel, was machen wir hier eigentlich? Wir sind hier in Stuttgart und rocken das Big FM-Studio. Okay, das heißt, was machst du hier so? Ja, wir haben heute die erste Sendung gemacht mit Jojo und werden sehen, dass wir noch eine solle Sendung machen. Okay, und was machst du sonst so, wenn du jetzt nicht gerade hier moderierst? Ja, ich bin in Frankfurt, mache Partys, verkaufe Klamotten, veranstalte Modenschows und Custom Models. Okay, dann habe ich mal an euch eine Frage. Wen wollt ihr bei Big FM? Sockenmann, Sockenmann. Und wie heißt der, den ihr da kennt? Sockenmann, Sockenmann. W ist bereit für Big FM? Sockenmann, Sockenmann. Yüksel E, ich komme aus Frankfurt, bekannt aus Stadt, Leben, Nacht, also alles Mögliche. Und ich habe voll viel Power und bin sehr kreativ, bin sehr lustig, aber heute bin ich ein bisschen müde. Ansonsten würde mich freuen, hier ein Teil der Big FM-Families zu da sein. Also, tschüss. Jo. Das ist Justin Timberlake. Nodz your head to this. Big. Das ist Kelly Clarkson. Check out Big FM.